Hallo Lauser! Grüßt euch! Willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich mir etwas verrücktes für euch ausgesucht. Eye of Orus wäre das Eye of Orus. Ich glaube in 50 Videos habe ich schon mal gesagt, ich muss meinen Bildschirm den Kontrast mal nachstellen. Den Kontrast, Entschuldigung. Das ist ja hier total anders, schaut das aus. Aber egal, vielleicht komme ich mal irgendwann dazu oder denkt dran, dann stelle ich das nach. Jetzt wollen wir uns hier die Eye of Ori anschauen. Ja, ein bisschen weniger Geld hier, ein bisschen mehr Geld da. Ich habe jetzt nicht so viel Geld zum Buchen gehabt, habe auch meine anderen Videos ja schon gedreht gehabt. Jetzt schauen wir einfach mal, vielleicht geht ja was. Viel Spaß Leute, hoffen wir auf den Vogel. Sowas gibt es natürlich nur bei mir, zwei gleiche Spiele nebeneinander. Einfach Alleinstellungsmerkmal The Gameinator und dann sieht man halt sowas. Ja, schön wir haben Freispiel an beiden. Ist doch das schief hier noch irgendwie, gell? Ganz schwierig hier mit meinem Handy da. Freispiel an beiden wäre natürlich cool. Parallel wäre es natürlich noch cooler. Ja, kaum spricht man davon. Kommen sie schon hier auf der alten Kiste. Ja, herrlich. Da muss ich auch mal das Spielgebaget ändern hier. 12 Freispiele verbessert die Tafeln. Schauen wir mal, ihr kennt ja das beliebte Spiel. Die berühmten 0 Euro Gewinne auf Oros, die gibt es ja auch. Aber das wird jetzt mal hoffentlich keiner. Oh, das ist schön. Ich glaube ich 3 dazu, oder? Ja, 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 3. Ein Hund? Ja, aber so sind sie, gell? So sind sie einfach, Freunde. Na ja, das betreibt man nicht. Ja, leider nicht mehr abgegradet, aber ein bisschen was ist auch gewesen. Weniges Freispiele gesehen. Ha! 21,90. Jetzt kommt er. Da, 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 da. Da, da, da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020